Heute ist Gründonnerstag, morgen Karfreitag und am Sonntag ist der Ostersonntag. Soweit, so klar. Aber wie heißt der Samstag? Ostersamstag ist wohl die gebräuchlichste Bezeichnung. Aber widerspricht Pfarrerin Anne Bremer aus Aschersleben. Kar-Samstag, ganz wichtig. Am Kar-Samstag ist Stille. Der Ostergeschichte nach liegt der Leichnam von Jesus am Tag nach der Kreuzigung, also am Samstag in der Grabhöhle. Letztlich ist das nichts anderes, als wenn ein Angehöriger stirbt. Es braucht eine Zeit, wo man stille wird, wo man versteht, was da ist und wo man auch aushalten muss, dass noch nichts geklärt ist. Übermorgen ist also noch nicht Ostersamstag, sondern Kar-Samstag. Fragt bei Verabredungen sicherheitshalber genau nach. Sonst, sagt Tobias Krüger, Pfarrer in Gardelegen. Dann kommen wir eine Woche zu spät oder liegen alle eine Woche zu früh, ganz genau. Das ist das Einzige Mal im Jahr, wenn ich Samstag zum Sonnabend sage. Weil Kar-Sonnabend habe ich auch noch nicht gehört. Ich sage sonst immer Sonnabend, ja, außer am Kar-Samstag. Heißt genau genommen also auch, frohe Ostern keinesfalls vor Ostersonntag wünschen. Ach was, findet Pfarrer Krüger. Ich glaube, die Zeit der Puristen ist vorbei. Wem hilft das nur wirklich weiter? Es ist so viel im Fluss. Normalerweise würde man sagen, am Ostersonntagmorgen, pro Ostern. Aber wenn man sich die Woche über nicht sieht, kann man es auch schon in der Kar-Woche sagen. Ihr seht mir das Osterfest vor Ostern. Aber mit Ostersonntag geht es eben so richtig los. Mit dem Osterfest. Aus der Kirchenredaktion Torsten Kessler, Radio SRW. Aus der Kirchenredaktion Torsten Kessler. Aus der Kirchenredaktion Torsten Kessler.